alle leute heute spielen wir das spiel even more friday night funken 2 es ist echt ein cooles spiel check das mal ab ich habe das spiel jetzt schon gestartet wie man hier seht wird hier roblox immer schon rein es ist wie friday night funken und ja kommt wie zu wählen kurz mal ein paar songs aus ich will beginn einfach mit gimme a break let's go ich mag diesen song also machen wir einfach let's go im 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 je bin ich in der driebsen Das war's für heute. Das ist so schön! Senpai. Da hört sich der Song richtig nice an. Spiel mir mal ab. Ich schau mal die falschen Tasten. Das nervt mich so sehr. Nice. So, kommen wir weiter. Öffnen den Scheiß. Komm, wir gehen mal zu... Seaside. Ich würde auch sagen, das ist der letzte Song. Ihr könnt selber den Server mal ausprobieren. Wir zocken jetzt nochmal Seaside Mom. Bei Seaside ist Seaside Mom echt geil. Also, ich würde sagen, Seaside Mom ist der letzte Song. Dann beendet ich das Video. Ich wollte das Video einfach nur kurz machen. Also, dann zocken wir mal als Seaside Mom. Let's go. Dann, 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 dann. Das nennt man auch einfach nur verklicken. Das hackt mich manchmal so richtig ab. Dann, 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 dann. Ah. 90 Prozent und 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 Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hey, Junge. Ist nicht mehr 90 Prozent. Ist jetzt 86. Mann. auf 90% wird es nicht mehr kommen jetzt wette ich ok 87,4 ist auch noch ganz gut ja 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 ok wenn euch das video gefallen hat lasst dein like da und Daniel sagt what the fuck Daniel sagt tschüss bye guys gai 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 gau